Jeder Muslim hier muss jemand sein, der zu seiner Religion ruft. Warum? Weil wir eine Minderheit sind und wir können nur jeden Menschen erreichen, wenn wir auch alle mitarbeiten. Außerdem ist eine Pflicht für jeden Muslim. Es ist das Kennzeichen dieser Ummah. Kuntum khayra ummatin uhrijat linas ta'moruna bil maruf wa tanhauna an il munkaw wa tukminuna billai. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgekommen ist. Warum? Denn ihr gebiet das Gute und verbiet das Verwerflich und glaubt an Allah. Was ist das Gute gebiet und das Schlechte verwehren? Dass wir mit den Menschen über die Wahrheit reden. Wenn du diese Eigenschaft nicht hast, dann hast du auch nicht die Eigenschaft von dieser Ummah. Das ist die Aufgabe der Propheten. Das ist warum Allah subhanahu wa ta'ala die Bücher herabgesandt hat. Mir hat gerade jemand gesagt, der aus Kurweiler kommt, der hat gesagt, das sind so viele Jugendliche, die vom Weg abgekommen sind. Ich habe mir gedacht, hör mal, und das ist nicht nur dort, das ist überall so. Überall dort, wo du hingehst, wo es so viele Jugendliche Muslime gibt. Schau dir an, wie viele Prozent in der Moschee sind und schau dir mal an, wie viele Prozent in der Disco sind, im Bordell sind, in der Spielhalle sind, drogenabhängig sind, im Gefängnis sind. Woran liegt das? Weil nichts gemacht wird. Aber wir hier, hier, an dieser Stelle, wir werden anfangen und wir werden unsere Enschade nicht aufhalten. Und jetzt sind wir fremd, die Leute sagen, es ist komisch, was die erzählen. Es ist komisch, die machen das so und so und die machen einige Sachen anders und auf einmal sind die so laut und hin und her. Es ist fremd, ist das. Es ist fremd. Das sind Fremde, die das machen. Das ist eine seltsame Sache, haben wir nie so gesehen. Da sagen wir nur eins zu, der Prophet, a.s.w. hat gesagt, Der Islam kam als Fremder, etwas Komisches. Und er wird als Komiker, etwas Fremdes zurückkehren. Und Tuba, ein Baum im Paradies, für wen? Für die, die fremd sind. Wo die Leute sagen, das, was die machen, ist aber komisch. Und wir fangen hier an, Inschallah. Und ihr könnt ein Teil von dieser Bewegung sein. Und glaubt mir eins, wir gehen keinen Millimeter zurück, Inschallah. Solange Allah uns die Kraft gibt. Egal, was die ganzen Leute, die sich dagegen stellen, ob die um uns herum Saltos schlagen oder wie Rumpelstielzen rumspringen, interessiert uns nicht die Bohne. Glaubt es mir. Wir waren jetzt in Frankfurt gewesen. In Frankfurt gewesen. Könnt ihr euch vorstellen? Da kommt das Migrationsamt von Wiesbaden, kommt zu einer Moschee, wo hier er eigentlich heute sein sollte. Aber deswegen ist er heute hier, Alhamdulillah. Ja? Guck mal. Und da haben die gesagt, die sollen die nicht einladen. Sie haben mit uns eine Integrationsabmachung. Wisst ihr, was in der Integrationsabmachung steht? Ja, dass die Mädchen ja auch schwimmen gehen sollen mit den Jungs. Subhanallah. Da machen die Muslime mit. So einen Schrott unterschreiben die. Ja, am besten, dass die auch bei den Feiertagen mitmachen. Damit wir auch alle schön San Martin singen. Subhanallah. Das ist Integration. Und ich sage ganz klar, da machen wir nicht mit. Ganz einfach. Und da bin ich stolz drauf, wenn die dann unsere Leute, die mit uns in einem Boot sitzen, nicht einladen. Weil wir müssen uns nicht jeden Schrott gefallen lassen. Sondern wir müssen manchmal ganz klar und deutlich sagen, nicht mit uns. Wir gehen keinen Millimeter von der Religion weg. Wo ist der Stolz für diese Religion? Wo ist diese Izzah, von der Allah spricht? Diese Ehre, diese Macht, von der Allah spricht? Wallillahil-Izzatu, wallil-Rasuli, wallil-Mu'minin. Allah ist die Macht und den Gesandten und den Gläubigen. Wo ist die? Die Leute sind sich am Verstecken. Wofür? Ach, dann sagt das Migrationsabmachung, ja, aber wissen Sie, das Kopftuch, ja, nein, okay, das kann man auch anders verstehen. Was kann man anders verstehen? Was ist unser Maßstab? Das müsst ihr verstehen. Dein Maßstab muss Islam sein, Koran und Sunna. Und egal, ob sich die ganze Welt gegen dich versammelt. Dein Maßstab muss Koran und Sunna sein. Natürlich werden die Leute versuchen, dich vom Weg wegzubringen. Aber das ist die Handhabe, an der es kein Reißen gibt. Das ist der Maßstab, der dich ins Paradies bringt. Und jeder andere Maßstab neben Koran und Sunna führt in die Hölle. Ganz klar, jeder Maßstab, der Koran und Sunna widerspricht, ist ein Irrweg. Und ich weiß nicht, ich will. Ich weiß nicht, Aber das ist mein Ernstab itter. Vielen Dank.